Ich möchte euch heute mitnehmen zu einem kleinen Streifzug durch die Natur meiner näheren Umgebung. Ich bin hier in den Wälziger Landschaftswiesen und gleich zu Beginn kommen drei große Kraniche und fliegen über die Wiese und werden hoffentlich gleich landen, sodass ich sie aus der Nähe noch einmal fotografieren kann. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.